Morgen liebe Fans! Ich sitze hier, um euch etwas mitzuteilen. Nach fast 18 Jahren werde ich am Ende der Saison meine Schuhe an den Nagel hängen. Der Verein und ich waren immer im Austausch. Sie sind frühzeitig auf mich zugekommen in der Hinrunde, haben mir dann die nötige Zeit eingeräumt, die ich gerne hätte in der Winterpause. Ich habe mir dann dort intensive Gedanken gemacht und bin dann letztendlich im Trainingslager auf Uwe und Marcel zugegangen oder beziehungsweise haben Gespräche geführt, in denen ich dann mitgeteilt habe, dass ich zum Ende der Saison nicht weitermachen werde. Ein halbes Leben habe ich jetzt auf der Koppel verbracht und habe das Gefühl, dass es jetzt Zeit ist zu gehen, Zeit ist, etwas Neues zu machen. Vielen, vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wenn man der Statistik glaubt, mehr Tiefen mit vier Abstiegen, aber ich glaube, da war so, so viel mehr. Viel, viel mehr Emotionen, schöne Momente, wahnsinnig erfolgreiche Momente auch zwischendrin. Und ja, ich habe den Zeitpunkt bewusst so gewählt, weil ich spätestens im Herbst meiner Karriere zwei Dinge im Kopf hatte. Zum einen irgendwann, am besten nicht schon mit 28 oder 29, selbst die Entscheidung treffen zu können, aufzuhören. Und ich glaube, mit 36 habe ich da jetzt ein gutes Alter gefunden, wo vielleicht noch etwas drin ist im Tank. Aber ich jetzt sagen kann, jetzt ist gut. Und zum Zweiten konnte ich mir den Traum erfüllen, hier in Kiel, wo alles angefangen hat, wo ich die ersten Schritte in der Fußballwelt gemacht habe, aber hier das Ding dann auch abzurunden, zu beenden. Und nicht nur hierher kommen, um die Zeit abzusitzen. Das war mir auch ganz wichtig. Sondern ja, mein Teil dazu beizutragen, dass wir hier erfolgreichen Fußball spielen. Und ich glaube, das ist mir und uns ganz gut gelungen. Insbesondere natürlich, wenn man an die erste Saison denkt, wo wir ja in allem richtig, richtig nicht dran waren, da eine Sensation zu schaffen. Aktuell bin ich ja leider noch verletzt. Aber ich werde alles dafür tun, um schnellstmöglich wieder auf dem Rasen zu sein, um die letzten Spiele mit Vollgas genießen zu können. Von daher nochmal vielen, vielen Dank an die Fans, die mich überall und immer unterstützt haben. Und last but not least natürlich vielen Dank an meine Familie, an die Freunde. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ohne euch als Ratgeber, Unterstützung, seelischen Beistand und manchmal auch einfach als mentalen Boxer. Ich sage, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe sie ja in meiner Karriere nicht allzu weit gebracht. Also zumindest nicht weit aus dem Norden heraus. Von daher werden wir uns sicher immer mal wieder über den Weg laufen. Ich werde weiter, weiter intensiv die Spiele verfolgen. Und ja, bis irgendwann. Beste Grüße, euer Finn.